Jo, da sind wir wieder, ich war dabei, nein, geheimen Weg zu Bauhennen. Ja, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ah, ich weiß was, halt den Dabbel darum jetzt, den Nächsten, den ich das sagen, ich bekomme einen auf den Dabbel, so muss ich es ausprobieren, mein Glibber. Nein. Was will ich denn? Ich muss mal einen Block in der Tasche haben. Eine Kiste. Geht das? Nein. Hm. Hier drin kann ich so eine kleine Farm machen. Halt. Den. So, dann kommt nämlich da Wasser hin. Dann geht hier dasselbe nämlich genau nochmal so. Ja. vimos an auf dem Lindsay Da. Auch wo ist bedrohend. Also hit rund um, diese question auf den Kamerprodukten. ich bin ganz anders geordnet wo sie hat jemand runtergekommen So, dann brauche ich... Ich hab doch irgendwie nicht gehabt, nur Möhren. So, dann brauche ich... Hä? Achso. What? Was zur Hölle ist das? Lol. Äh, was ist das? Ey, nee. Was ist, wenn ich jetzt so mache? Die bleiben natürlich. Das war ja klar, dass die bleiben. Das war ja klar. 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 fertig die kann jetzt sind die anderen ein paar ja also ich habe noch ein stärker Prozent für ich pflanze erbte So bin ich dann zu Reifel, so einfach geht's. La 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 la! It's a redstone. Boah, halt doch einfach jetzt den Sabel. Ich möchte ein bisschen Eisen oder Diamanten. So, ich hab' ihn steckt erst. So, jetzt sieht sie aus. Würde ich dir jemanden rein. Wenn er jetzt augenblicklich nicht seinen Sabbel hält, da muss ich ihn halt zum Schweigen bringen. Guck mir in die Augen. Geh von meinem Geheimgang weg, Mann. Wo bist du? Jetzt. Das mit den Pferden ist auch ein Mod, die gehen voll bescheuert. Warte, ich zeig's gleich mal. Clever wär's, die Stärke auszumachen. Mann, tut das Leder weg. Denk, ich bin, äh, genau da. Put das Leder jetzt weg. Ich hab' das Effekt, äh, clear. Ja. Nein. Da. Hihi! 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 Ichi! Ichi! Hihi! Oh! So, wir gehen zum Haus. So, wir gehen zum Haus. So, wir gehen zum Haus. nicht abonnenten das ist wie das Leben das ist wie das Spiel und Klinik der Klinik machte die Tore und den Menschen auch hier noch mal immer noch zwei bis 13 Minuten wenn ihr hier die Tore zu haben wurde zu gehen und hier richtig warum möchte ich jetzt auch immer noch ja, hier sind halt die für die besten Dinge von den Microsoft Multiplay, hier sind Tutorials, hier habt ihr halt ein Blocklaunch-Tutorials. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!